Der Wechsel von Paco Alcaísa zu Borussia Dortmund steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Der Kicker berichtete, dass Lucien Favre einen Transfer des spanischen Angreifers präferiere. Laut Mundo Deportivo sind die Verhandlungen zwischen dem BVB und dem FC Barcelona weit fortgeschritten. Demnach steht ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption kurz vor dem Abschluss. Barca will Alcaísa nach der Verpflichtung des Brasilianers Malcom von der Gehaltsliste streichen. Neben dem BVB haben laut spanischen Medien auch Real Betis und Deportivo Alavis Interesse an Alcaísa gezeigt. Der BVB biete aufgrund seiner Teilnahmeberechtigung für die Champions League aber das lukrativere Angebot. BVB, Divic Origi und Vincent Abubakar als Kandidaten neben Alcaísa tauchten zuletzt auch Divic Origi und Vincent Abubakar im erweiterten Kandidatenkreis auf. Ihnen werden jedoch lediglich Außenseiterchancen zugerechnet. Seit der Rückkehr von Michi Baciuay zum FC Chelsea, mittlerweile an den FC Valencia ausgeliehen, sucht der BVB nach einem Ersatz für das Sturmzentrum. Aufgrund der bislang erfolglosen Suche erwogen die Verantwortlichen der Borussia bereits öffentlich eine interne Lösung wie etwa Maximilian Philipp. Punkt. Paco Alcaísa, die Leistung Daten seiner Profi-Karriere-Club-Pflicht spielete Assistiv Barcelona 5 0 1 5 8 FC Valencia 1 2 4 4 3 1 7 FC Getafe 2441 Werbung Werbung. Punkt. 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 Untertitelung. BR 2018